Das war keine Überraschung. Auch in diesem Jahr war es wieder voll beim Neujahrsempfang der Rathausfraktion der Hamburger Grünen. Bevor der Empfang begann, mussten erst einmal Hände geschüttelt werden. In diesem Jahr durch den Fraktionsvorsitzenden Jens Kerstern, seine Stellvertreterin Eva Gümbel und selbstverständlich Farid Müller, der vor vielen Jahren diesen Neujahrsempfang ins Leben gerufen hatte. Ich denke auch, und das wird an dieser Stelle gerne noch loswerden, wir selber sollten auch nochmal drüber nachdenken, ob die CSDs, wie wir sie kennen, wirklich dazu geeignet sind, eine CDU in diesem Punkt zu verändern in ihrer Produktion. Ich habe da meine Zweifel und ich finde, wir sollten darüber ernsthaft nachdenken, wie wir lassen und schwule unsere Kraft bei den Christopher Street Days in Zukunft zielgerichteter für die Bürgerrechte so einsetzen, dass eine CDU darüber nicht mehr entdecken kann. Ich finde, dass, ja, gerade wenn man sieht, wie Großbritannien das inzwischen uns überholt hat in vielen Dingen, von anderen Ländern wie Frankreich, Spanien, Belgien und Niederlande und und und, wir wollen hier gar nicht reden, dann ist das beschämend, dass wir immer noch darauf warten müssen, dass endlich das, was selbstverständlich ist, nämlich gleich für Menschen- und Bürgerrechte, auch für Lesbisch- und Transgender in diesem Land, endlich wahr werden. Ich glaube, wir müssen der großen Koalition hier helfen und ich hoffe, dass wir das bei den nächsten Christopher Street Days sehr eindrucksvoll hinbekommen. Als prominenter Redner war in diesem Jahr Ralf Füchs gekommen, der Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung. Aber es bleibt eine empirische Tatsache, dass Städte mit einer offenen, schwule-lisbischen Szene zugleich eine hohe Innovationskraft und wirtschaftliche Dynamik aufweisen von San Francisco bis Villavie. Und das Gleiche gilt für ethnische und religiöse Vielfalt. Florierende Städte sind Einwanderungsstädte. Farid Müller hatte vor vielen Jahren einen schwul-lesbischen Empfang ins Leben gerufen und das ist da irgendwie geblieben. Regenbogenfahnen im großen Festsaal und das Publikum sind überwiegend Spule und Lesben. Dies dürfte der einzige Hamburger Neujahrsempfang sein, bei dem man Dragqueens treffen kann. Aktivist Klaus-Dieter Begemann forderte wegen der bevorstehenden Winterspiele in Sochi, Schwule und Lesben dürfen nicht ausgegrenzt werden. In Hamburg wird am 1. Februar vor der russisch-orthodoxen Kirche demonstriert. Schwule und Lesben hast du sich in einer Demokratie nicht ausgerissen. Wer das immer noch nicht nach Hitler und Elz kapiert hat, gehört nichts zum Team, weder national noch international. Zum grünen Neujahrsempfang kamen auch wieder Politiker anderer Parteien. Mit dabei Bürgermeister Scholz, SPD und der CDU-Fraktionsvorsitzende Dietrich Wersig. Der schwule Infoladen Hein & Viete war mit einem Stand vertreten.